Grüüssach, herzlich willkommen, in Bern der Belle Epoque. Nicht schlecht, ne? Nach Bern kam Jenin übrigens, weil seine Frau krank war. Sie hatte die Baselofsche Krankheit, auf Deutsch, sie hatte Glücksaugen. Das kam von einer Fehlfunktion der Schilddrüse. Zum Beispiel... Albert Einstein, bist du krank? Sorry, Doktor Hallüte. Äh, Telefon, da! Die Berne hat den Streit und die Engländer hat den Streit. Die Berne hat den Streit und die Berne hat den Streit und die Berne hat den Streit. Die Berne hat den Streit und die Berne hat den Streit. Bladin, was machst du da? Meine Damen und Herren! Ich komme! Juhu!